Herzlich willkommen zu diesem Video aus meiner Reihe Fotografieren mit dem Smartphone und wir schauen uns diesmal an wie man Shots macht. In den letzten Videos haben wir uns mit Perspektiven beschäftigt, also aus welcher Richtung aus man fotografieren sollte und diesmal geht es um Shots, das heißt was bild ich in diesen Fotos ab, wie groß ist der Ausschnitt von den Motiven die ich mir darstellen möchte und ich mache das mit der Android App, mit der gratis App Camera MX. Du kannst natürlich die Inhalte die ich dir hier vermittle auch in anderen Kameras verwenden, mit anderen Betriebssystemen verwenden, wenn du aber Interesse hast an dieser wirklich gut geeigneten, nämlich für Einsteiger gut geeigneten App Camera MX, dann kannst du ich meinen Grundlagen Video anschauen, wieder einfacher mit der App Camera MX tolle Smartphone Fotos machst und da hast du dann einen sehr guten Einstieg meiner Ansicht nach in das Fotografieren auch mit dem Smartphone. Jetzt geht es aber um die Shots und da kann man drei verschiedene Shots unterscheiden. Die erste ist einmal die totale bzw. Longshot und da stellt man dann einen Menschen in einer bestimmten größeren Umgebung dar, das heißt die Umgebung wird auch noch mit dargestellt und da kann man dann wirklich gut sehen, oh wo findet das ganze statt und ja das ist die totale, also der ganze Mensch ist da drauf von den Füßen bis zum Kopf. Dann die nächste Möglichkeit der Darstellung ist die halbtotale bzw. Medium Shot, da ist der Mensch dann nicht mehr so eine ganz große Umgebung zu sehen, das bietet sich zum Beispiel auch bei Gruppenfotos an, die Körpersprache kann man dann vielleicht auch noch gut erkennen und da wird der Mensch praktisch hauptsächlich von Kopf bis Fuß dargestellt und nur die wirklich unmittelbare Umgebung, nicht wie vorher dann in einer größeren Umgebung. Das ist diese halbtotale Medium Shot, das ist der Schwerpunkt schon stärker auf dem Motiv, auf der Person die man vielleicht dann auch darstellen möchte natürlich in diesem Zusammenhang. Als letztes von diesen drei Möglichkeiten haben wir dann den Medium Shot oder das halbnahe, da nimmt man eigentlich die obere Hälfte des Menschen nur dann, also nicht bei den ganzen Menschen und dadurch wird auch der Mensch die Person dann auch natürlich größer dargestellt, nimmt einen größeren Teil des Fotos dann ein, man kann dann noch viel besser dann den Gesichtsausdruck dann betonen, ob jemand lächelt, eher traurig ist, die Armbewegung vielleicht angedeutet, die Mimik dann, und dieser halbnahe und dieser Medium Shot kann zum Beispiel gut verwendet werden, um der Menschen in einer Gesprächssituation zum Beispiel dann darzustellen. Ja, um diese totale, halbtotale und halbnahe dann letztlich dann auch einmal proben zu können, bittet es sich an, dass du dir jetzt Motive suchst, wo du Menschen dann in einer totale, halbtotale oder halbnahe darstellst und such dir Menschen die gleichen oder unterschiedlichen, das bleibt dir ganz deutlich vorbehalten, experimentier ein bisschen, wähl auch hier wieder das entsprechende Bildformat, ob du jetzt 16 zu 9 oder 4 zu 3 nimmst, Mensch der aufrecht dargestellt wird, wie immer 4 zu 3, ja, wenn du eher noch die Umgebung mit hineinnehmen willst, würde sich zum Beispiel 16 zu 9 dann auch gut anbieten, wie wir es in anderen Videos besprochen haben. Ja, ich hoffe, du hast jetzt gut nachvollziehen können, was man unter totale versteht, ein ganz großer Ausschnitt, die halbtotale, auch wieder ein Mensch drinnen, wo gerade noch in der unmittelbaren Umgebung zu sehen ist und halbnahe eben, wo der obere Teil des Menschen zu sehen ist und dass du das dann auch selber gut dann verwenden kannst und dann bewusst einsetzen kannst. Ja, wir sehen uns dann sicherlich wieder im nächsten Video aus meiner Reihe Fotografieren mit dem Smartphone.